Hallo zusammen, heute geht es um das Big Tent S Tarn Zelt, dieses hier. Der Aufbau ist ganz einfach, erklärt sich ja von alleine. Ganz oft kommt bei solchen Zelten die Frage, wie falte ich wieder richtig zusammen, wenn ich fertig bin. Dazu haben wir ein kleines Video gemacht, zwei Teilen. Der erste Teil ist im normalen Tempo und der zweite Teil in Zeitlupe. Dann sieht man noch mal ganz deutlich, wie man das macht. Und wenn ihr das zweite Mal gemacht habt, dann seid ihr auch die absoluten Fallprofis. Viel Spaß beim Video. Drei Malen, das ist Hoje. Vielen Dank.